Mein Name ist Philipp Hadorn, Solothurner Nationalrat von SP und Präsident vom Blauen Kreuz Schweiz. Beim Time-Out mache ich mit, wo ich denke, auf etwas zu verzichten, ganz bewusst über eine gewisse Zeit. Das könnte spannend sein. Ich habe Erfahrung, dass ich kein Fleisch esse kann, dass ich auch kein Alkohol trinke und finde das seit Jugendherr eigentlich befreiend. Jetzt möchte ich es mit Schokolade probieren, diese Zeit. Ist man echt abhängig davon? Fällt mir echt das Glücksgefühl, das Jockey verspricht? Ich bin gespannt, wie ich reagiere, wenn mir jemand etwas anbietert und ich finde, jetzt würde es gut tun. Ich freue mich, das zu erleben und zu schauen, von was ich eigentlich abhängig bin oder nicht. Ich bin gespannt, was herauskommt.